Hallo zusammen und willkommen zurück heute mit einem ganz besonders tollen Thema, wie ich persönlich finde. Denn ja, man muss nicht immer alles selbst programmieren in C++. Es gibt ja die Standard Template Library, die STL. Und in C++ 17 kamen so viele parallele Algorithmen in die STL rein, dass man eigentlich die meisten Algorithmen schon von Natur aus parallel ausführen kann, wenn man weiß wie. Das heißt, was wir heute machen, ist alles C++ 17, also nicht mal 14. In 14 kam eigentlich relativ wenig raus für Parallelismus. Aber es wird natürlich auch immer mehr. Also C++ 20 hat nochmal mehr reingebracht, 23 wird nochmal deutlich mehr bringen. Und ja, heute wollen wir uns mit den parallelen Algorithmen beschäftigen. Das sind insgesamt 69. Also erstmal ganz kurz, die STL umfasst mehr als 100 Algorithmen für verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Suchen, Zählen, irgendwelche Berechnungen. Und ja, in C++ 17 wurden 69 von ihnen mit Overloads versehen und 8 hinzugefügt. Und die neuen und die overloadeten Algorithmen, also insgesamt sind das ja dann 77 neue Algorithmen, beziehungsweise 77 Algorithmen, die können jetzt alle parallel ausgeführt werden. 77 Algorithmen, die schon von Haus aus parallel sind. Und ja, dazu brauchen wir einen kleinen Include hier, und zwar Include. Und wir brauchen natürlich hier die Möglichkeit, das Ganze auch parallel auszuführen. Das machen wir über Execution. Und was wir natürlich dann machen wollen, ist die Algorithmen verwenden. So, und das machen wir jetzt zum Beispiel folgendermaßen. Wir bauen uns jetzt mal einfach einen Vektor, also Vektor. Und der hat die Zahlen, äh, der hat Zahlen drin. Und ja, wir nennen ihn jetzt einfach mal wieder weg. Und der hat folgende Inhalte. Also erstmal irgendwelche Zahlen bitte eingeben hier. Ähm. So, das sollte ungefähr passen. Der ist jetzt natürlich komplett durcheinander. Wir wollen den natürlich jetzt sortieren. So, und jetzt haben wir in der Standard Library folgende Möglichkeit, das ganze Ding zu sortieren. Das sieht dann so aus. Ähm, wir wollen uns dann auch noch ganz kurz hier, also am Ende wollen wir natürlich jeden einzelnen, ähm, jeden einzelnen Eintrag, so. Einfach ausgeben das Ganze. Und wenn wir das jetzt ausführen, werden wir auch gleich wieder feststellen, wir bekommen hier Fehler. Das ist ein bisschen unschön. Ähm, was uns wieder mal eigentlich einen relativ eindeutigen Hinweis darauf gibt, dass es nicht an uns liegt, ist folgendes. In User Include TBB Task Arena Punkt H Undefined Reference zu irgendwas. So, jetzt ist natürlich eigentlich schon fast logisch, dass das nicht an uns liegt, weil wir haben hier im Endeffekt was gemacht, was wir definitiv schon kennen. Was wir als einziges hinzugefügt haben, ist dieses Execution hier. Wir machen das nochmal kurz raus und schauen uns an, okay, es liegt wirklich nicht an uns, ja. Das heißt, also es liegt schon an uns, aber versteht mich nicht falsch. Und wir haben hier natürlich den Include drin und sind da natürlich auch dafür verantwortlich, aber es liegt am Include. Das heißt, hier müssen wir wieder mal irgendwas verbinden. Und ja, wir sehen hier schon die TBB. Das ist auch eine Library hier, TBB. Die müssen wir da irgendwie reinlinken. Und das machen wir genauso, wie wir das hier gemacht haben. Target Link Libraries und natürlich TBB. So, und so können wir das Ganze dann hinzufügen. In der Command Line, also im Terminal, also jetzt funktioniert es, wie wir offensichtlich sehen. Wenn wir es im Terminal hinzufügen müssen, äh, oder hinzufügen wollen, dann kommt zusätzlich der, äh, zu der Option, ähm, zu der wir, also quasi zu allen Optionen noch zusätzlich nicht TBB, also Minus TBB, sondern Minus L TBB, weil wir das quasi linken wollen. Das L gibt an, dass wir es linken wollen. Es ist nicht unbedingt so klar, was jetzt da was bedeutet. Und man hat meiner Meinung nach ein bisschen zu viel abgekürzt, aber ja, so funktioniert das Ganze und, ähm, macht auch keine Probleme mehr. Okay, so, jetzt haben wir das Ganze also zum Laufen bekommen. Und ja, jetzt wollen wir das irgendwie natürlich parallelisieren, dass wir hier irgendwas machen. Zum Beispiel Sortieren, ja. Sortieren ist einer der Algorithmen, die hier ein, also die waren natürlich schon davor drin, aber die haben jetzt hier eine parallele Ausführung bekommen. Zunächst mal schauen wir uns an, wie man überhaupt sortieren kann. Das macht man mit dem Sort-Algorithmus, ja. Und, ähm, wir müssen natürlich angeben, von wo bis wo wir sortieren wollen. Und das ist ganz einfach, natürlich vom Anfang des Vektors, VEG.beginn, bis zum Ende des Vektors, VEG.end, wollen wir das ganze Ding sortieren. So, und jetzt achtet bitte darauf, ich habe hier irgendwie kein VEG ist gleich gesetzt oder sonst irgendwas. Wir schauen uns trotzdem mal den Output an. Und, ja, relativ eindeutig, das Ding ist sortiert. Und das liegt daran, dass es natürlich auf der Referenz des Vektors arbeitet. Also nicht irgendwie, ähm, das Ganze jetzt als Rückgabewert oder sowas hat, sondern es arbeitet wirklich auf diesem Vektor hier mit Referenzen. Und dadurch wird das Ganze hier, ähm, sortiert. So, natürlich bei diesem kleinen Vektor hier merkt man jetzt nicht unbedingt die Performance, ähm, wenn man das Ganze parallelisiert. Aber wenn man natürlich einen entsprechend großen Vektor hat, dann kann man das durchaus spüren. Sehr sogar. Und man muss es aber noch irgendwie angeben. Sort ist jetzt aktuell einfach nur der alte, billige Sort. Das ist der sequentielle Sort-Algorithmus. Also quasi ganz normal sortieren, wie wir es auch bisher gewohnt sind. Jetzt sollen wir das Ding natürlich parallelisieren. Und dazu haben wir Execution. Das heißt, wir sagen hier, beziehungsweise für die, die nicht Using Namespace machen, std, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann, ähm, Execution. Ups, Execution. Und dort können wir dann auswählen, was wir haben wollen. Wie gesagt, wir können das hier vorne weglassen. Und, ja, ähm, jetzt gibt es hier drei Möglichkeiten, das Ganze anzugeben. Wir fangen an mit Sec. Sec bedeutet sequentiell. Das heißt, wir können das Ding sequentiell verwenden. Und, ja, ist dann im Endeffekt genauso wie gerade eben. Also immer noch genauso der sequentielle Algorithmus, wie wenn wir das Ding weglassen. Also nicht unbedingt das, was wir wollen, wenn wir es parallel haben wollen. Es gibt quasi parallel und sequentiell. Parallel ist dann Paar. Und das ist dann quasi der Algorithmus einfach parallel ausgewählt. Und so wird automatisch für uns alles mit Threads automatisch generiert. Jetzt gibt es allerdings noch einen weiteren Schritt, den man hier gehen kann. Und zwar den Par-UNSEC-Algorithmus. Par-UNSEC bedeutet so viel wie, ähm, parallelisiert und aber vektorisiert auch noch. Und zwar mit dem sogenannten SIMD. Also SIMD normalerweise Single Instruction Multiple Data. Ich mache das hier mal ganz kurz rein. Ja, Single Instruction Multiple Data. Kurz SIMD. So, das ist jetzt quasi ein, ähm, ein Paradigma, wenn es um Parallelausführung geht. Damit man quasi, also man möchte ja eigentlich immer genau dasselbe tun. Man möchte das Ding hier sortieren. Aber man hat natürlich, also man hat Single Instruction, man hat nur eine Anweisung sozusagen. Im Endeffekt eine Überprüfung, ob was größer oder kleiner ist. Aber man hat hier eben auch, ähm, Multiple Data, weil in diesen Vektor sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Daten drin. Und ja, was jetzt passiert ist im Endeffekt, meine CPU versucht das Ganze bei sich, ähm, auf der Hardware zu unterstützen. Also das ist, ähm, normalerweise moderne Prozessoren unterstützen SIMD. Aber manche ältere Prozessoren unterstützen kein SIMD. Aber die müssen schon etwas sehr alt sein eigentlich. Also wie gesagt, diese Algorithmen hier sind 2017 hinzugekommen und damals war SIMD schon normal unterstützt. Ja, also wenn es wirklich alte CPUs sind, dann kann es sein, dass die kein SIMD unterstützen. Aber, ähm, normalerweise funktioniert das Ganze und das kann tatsächlich nochmal ein bisschen Performance Boost mitbringen, weil es eben, ähm, die, ja, im Endeffekt die Struktur, die Datenstruktur hier wirklich nutzt und, ähm, das Ganze nochmal ein bisschen effizienter dadurch macht oder machen kann. Am besten, das würde ich euch empfehlen, am besten einen Benchmark machen. Also einmal kurz hier oben drüber chrono messen, unten drunter chrono messen und messen, welches für euch davon am schnellsten ist und dementsprechend natürlich auch optimieren. So, SORT ist jetzt ein Algorithmus, der natürlich relativ eindeutig ist in dem, was er tut. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass wir andere parallele Algorithmen haben. Jetzt werdet ihr vielleicht erstaunt sein, denn es gibt auch eine, eine eigene Schleife dafür. Das heißt, wir können wirklich eine Schleife uns bauen, die parallel Dinge tut. Und, ähm, ja, das sieht dann, ich baue jetzt hier einfach nochmal einen neuen Vektor, damit wir das quasi einfach alles beisammen haben. Wir bauen uns einen Vektor, auch wieder int, äh, weg 2, ist gleich, ähm, und jetzt hier einfach 42, ähm, 1337 und 1338, I don't know. Einfach ein paar Zahlen reinpacken. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen das Ganze aufsummieren, okay? Okay, SUM ist gleich 0 und hier gibt es jetzt auch neue Algorithmen für euch. Wir können die uns auch angucken, indem wir STD Doppelpunkt, Doppelpunkt machen und dann, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, um die hier alle zu finden. Nein, ähm, das ist nicht so sinnvoll, aber wir können sie uns einfach so aufrufen und zwar eine FOREACH-Schleife. Die FOREACH-Schleife ist in STD drin und die FOREACH-Schleife, die erlaubt auch parallele Ausführungen. Das heißt, jede einzelne Instruction wird parallel ausgeführt. Also quasi, ähm, die Schleife wird nicht irgendwie, ich mach erstmal ganz kurz die Schleife fertig. Wir sagen hier natürlich auch, wir wollen eine Execution Policy, also der Standard ist nicht parallel. Ähm, aber wir wollen hier trotzdem parallel das Ganze machen und zwar von dem Beginn des Vektors, äh, VEC2.Beginn bis zum Ende des Vektors natürlich, VEC2.End. So, und FOREACH ist jetzt, wie gesagt, eine Schleife. Allerdings können wir nicht hier hinten dran einfach das ganze Ding so aufmachen. Wie gesagt, ähm, eigentlich ist FOREACH eine Funktion, die eine Schleife ist, sozusagen. Also eine Funktion auf jedem Element innerhalb meiner Schleife ausführt, ja. Das heißt, wir müssen hier ein kleines bisschen tricksen, wir müssen hier eine Lambda-Funktion einbauen. Das sieht nicht ganz so aus wie eine Schleife. Eigentlich ist es auch eine Funktion, aber es ist im Endeffekt eine FOREACH-Schleife, die hier ausgeführt wird. Und zwar, wir sagen hier, was wir hier reinbringen wollen, ähm, und zwar natürlich UND SUM. Also wir wollen quasi die Summe hier reinbringen, wir wollen hier drauf summieren. Welche Parameter wir übergeben wollen, naja, das ist natürlich INTI, weil es ist eine Schleife, ja. Das heißt, wir wollen hier quasi immer den Inhalt quasi drin haben von unserem Vektor. Und hier drin sagen wir jetzt, welcher Code ausgeführt werden soll. Das heißt, wir sagen hier, Summe soll natürlich plus gleich i plus, ähm, SUM sein. Das heißt, wir summieren quasi alles in einer parallelisierten Art auf. Und Achtung, hier hinten dran muss ein Semikolon kommen, weil es eigentlich keine Schleife ist, sondern eine Funktion, ja. Dann, ihr seht es an der ganzen Struktur hier. Eine eigentliche Schleife würde ich hier Klammer, Klammer nehmen und dann diese geschweiften Klammern. Und da braucht ihr keine Semikolon sind dran. Hier haben wir eigentlich eine Funktion. Wir sehen es hier, ist die Klammer, geht bis hier. So, ähm, was hier jetzt passiert, ist Achtung, nicht FRED SAFE, ja. Das heißt, wenn ich das hier jetzt starte, bekomme ich natürlich hier ein falsches Ergebnis am Ende. Äh, beziehungsweise ich bekomme gar kein Ergebnis, weil ich es nicht ausgegeben habe. Ich bin sehr schlau heute. Ähm, wir wollen natürlich SUM ausgeben und eine Endline. Und vielleicht geben wir auch noch an, dass das wirklich die Summe ist. SUM, ja, ja, Doppelpunkt, so. Okay, und dann sehen wir, wie das Ganze aussieht. So, und jetzt sehen wir ganz oben, äh, weil wir natürlich hier unten das Ding ausgegeben haben, dass SUM 4.180 ist. Ähm, jetzt können wir uns das mal kurz zusammenrechnen. 4.180 erscheint mir persönlich ein kleines bisschen hoch. Ähm, 42 plus 1337 plus 1338. Naja, ich bin zu faul, das von Hand zu rechnen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal eine sequenzielle Policy rein. Ähm, also sprich, einfach ganz normal das Ganze ausführen, ohne Parallel jetzt. Und wir haben trotzdem 4.180. Okay, gut. Ah, ich bin doof. Ähm, ich habe natürlich hier plus gleich I plus SUM gemacht. Dann ist es kein Wunder, ja. Dann ist überhaupt kein Wunder, dass ich hier das Ganze gemacht habe. So, jetzt 2.717. Okay. So, und jetzt machen wir das Ganze wieder parallelisiert. Und schauen uns mal ganz kurz an, was hier passieren könnte. Ja, könnte nicht, muss 2.717. Es passiert leider nicht. Ähm, der Grund dafür ist, dass wahrscheinlich diese Schleife hier einfach zu kurz ist. Wahrscheinlich, wenn wir hier noch ein paar mehr reinhängen. So, ich habe hier jetzt mal eine, ähm, ein paar Zahlen eingefügt. Und sequenziell gibt mir das 109.727. Was, ähm, auch schon wieder etwas viel aussieht. Aber ich habe hier 56.000 drin, also kann das durchaus, äh, und 45.000 auch. Also es kann schon durchaus sein. 109.727 merken wir uns einfach mal. Und wir sehen, das bleibt auch natürlich gleich hier, wenn ich das sequenziell ausführe. Während wenn ich das parallel ausführe, 107.000, äh, 107.000 irgendwas oder 109.000. Ähm, okay. Dann immer noch, verdammt, schlechtes Beispiel, ähm, funktioniert leider nicht ganz so toll, wie ich das wollte. In dem Fall hatten wir jetzt einfach Glück sozusagen. Es hat halt leider wirklich was mit Glück zu tun. So, aber es könnte passieren, dass diese Summe hier tatsächlich nicht, ähm, geschützt ist. Also nicht Thread-safe ist. Und ja, das, das macht dieses ForEach nicht zwangsläufig für euch. Weil ihr hier im Endeffekt sagt, jo, wir wollen hier plötzlich eine, eine Summe errechnen. Ähm, und wir wollen das Ganze parallel machen. Und natürlich kann es hierbei vorkommen, dass wir hier sagen, äh, die Summe wird berechnet. Und ja, wir überschreiben aus Versehen zwischenzeitlich mal die Summe, weil hier ein Thread eben gleichzeitig drauf zugreift zum Beispiel. So, das kann durchaus mal vorkommen. Das heißt, wir müssten eigentlich unsere Summe hier beschützen. Und, ähm, das heißt, wir sind hier selber für Logs und so weiter verantwortlich. Das heißt, wir müssten jetzt hier hingehen und sagen, mutex, mtx und, ähm, den, das mutex hier, müssten wir natürlich hier über einen Log-Guard verwenden und hier natürlich den Typ mutex angeben. So, und dann eben Log von mtx schreiben. So, also, so könnten wir das Ganze absichern, ähm, wobei wir natürlich hier dann noch, ähm, das mutex mit als Parameter angeben müssen, damit es auch in dem ganzen Ding übernommen wird. Und ja, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, das Ganze hier abzusichern. Wie gesagt, das ist jetzt, ähm, nicht so kompliziertes Beispiel. Ich meine, wir wollen einfach nur eine Summe berechnen. Ähm, es kann durchaus gut gehen, wie wir hier sehen. Ihr könnt das auch wahrscheinlich noch ein paar Mal ausführen. Es wird nicht schief gehen, weil, ähm, ja, hier sind wir eigentlich in einer relativ atomaren Umgebung. Wir haben nicht so viele Operationen hier. Wenn ich jetzt hier noch irgendwie i plus i, i mal i oder sonst irgendwas eingebe, dann kann das schon ein bisschen anders aussehen, ähm, indem wir hier zum Beispiel diese Zahl hier haben. Äh, 96, 72 irgendwas. So, ähm, ja, aber selbst das geht noch. Also, es ist wirklich noch relativ thread safe, aber wenn ihr hier wirklich mehrere, sehr viele Anweisungen habt, dann kann das durchaus auch mal schief laufen, wenn ihr zum Beispiel gerade ungünstig von eurer CPU pausiert werdet. Und, äh, ja, natürlich. Ich habe ja hier gerade einen Mootex eingebaut. Ich bin doof. So, das heißt natürlich, ihr könnt hier aber auch Funktionsaufrufe einbauen und so weiter und so fort. Ihr könnt hier drin alles Mögliche machen, okay? Und, äh, das ist alles automatisch für euch parallelisiert. Das ist so ziemlich die bequemste Art und Weise, Dinge zu parallelisieren, die mir persönlich bekannt ist. Äh, tatsächlich muss ich auch, ich weiß nicht, ob man das zur Schande nennen kann, muss ich auch zugeben, ich mache das manchmal tatsächlich, dass ich mir einfach einen, ähm, einen Vektor baue, sozusagen, und dann darüber irgendwelche, also quasi in den Vektor Parameter reinstecke und dann mit einer Foreach einfach das Ganze so parallelisiere. So, das funktioniert wunderbar. Ähm, und, ja, ist natürlich super, super bequem, weil ich muss hier keine Threads verwalten. Ich muss keinen Join machen. Ich muss, in den meisten Fällen brauche ich noch nicht mal irgendwelche Mootex-artigen Konstrukte. Ich muss im Endeffekt gar nichts machen, außer das ganze Ding hier aufbauen. Ähm, aber wie gesagt, Vorsicht. Ähm, wir können hier auch Deadlocks und so weiter bekommen, wenn wir zum Beispiel Mootex, einen Mootex locken und jemand anders wartet auf das Mootex, aber wir anlocken nicht, ja, dann kann das auch zu einem Deadlock führen und, ähm, ist natürlich auch nicht unbedingt in unserem Interesse. So, ähm, wir könnten hier auch einfach statt einem Mootex, nämlich, wir kennen das Ganze ja schon, ähm, wir könnten statt diesem Mootex auch einfach die Summe hier Atomar machen, ja, Atomic und dann hier Int Sum, so, fertig. Und ja, jetzt können wir das Ganze auch ausführen. Jetzt ist quasi jede Operation auf Sum, ist jetzt Atomar und so haben wir quasi uns das Mootex gespart. So ist es sogar noch mal ein kleines bisschen besser. Ihr kennt das Ganze schon, ich habe es euch schon erklärt. Es funktioniert für diese Algorithmen hier exakt gleich. So, jetzt möchte ich euch, ähm, noch ganz kurz ein paar interessante Algorithmen zeigen, die da alle drin sind und, ähm, ja, die vielleicht auch nicht so erwartet sind. Also, wir haben einmal Copy, ja. Copy ist da drin. Wir haben, also, ich mache das, glaube ich, mal hier in einem Kommentar. Copy ist drin, äh, Find ist drin. Dann gibt es noch Varianten wie zum Beispiel Find If Not, ja, die sind da auch drin. Das kann man aber auch selber implementieren. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Wie gesagt, es sind schon einige. Ihr findet da auch eine Referenz dazu. Ähm, wir können das maximale Element finden. Max Element, ähm, das ist auch parallelisiert. Wir können sortieren, haben wir ja gerade gesehen. Auch so Sachen wie Partial Sort oder sowas sind da drin. Remove ist sogar drin und Replace ist drin. Das geht alles parallel. Wir können, wie schon angekündigt, die Suche parallel durchführen. Ähm, aber auch so Sachen wie In Placement. Merge sind da drin. Ähm, In Place Merge. Das ist auch parallel. Dann machen wir hier unten drunter weiter. Und, ja, wir haben, also wir haben wirklich sehr, sehr viel. Wir haben vor allem was Kopieren oder sowas angeht, sehr, sehr viel. Wir haben auch mehrere Suchen wie Search N. Ähm, all diese Dinge sind hier, äh, sind hier drin. Sogar so Sachen wie Count sind da drin, okay. Ähm, also ihr findet sehr, sehr viele Algorithmen in der, in der Standard Library. Und, ähm, tatsächlich auch so interessante Sachen wie Reduce. Das ist neu dazugekommen sogar. Reduce, ähm, ist im Endeffekt ein, äh, ein Funkt, ein Element aus der funktionalen Programmierung. Die findet ihr bei mir in anderen Playlisten. Hier will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, weil das den Rahmen etwas sprengen würde. Aber ihr seht, es sind sehr, sehr viele parallele Algorithmen. Und was ihr nicht parallel habt, das könnt ihr einfach selbst implementieren mit einer ForEach, ja. Das heißt, ihr könnt hier einfach eine ForEach machen, die dann parallel laufen lassen und die Operation dann hier drauf machen. Also, im Endeffekt findet ihr alles, was ihr braucht in dieser Standard Library hier drin. Und eben alles andere könnt ihr euch dann auch noch selbst schreiben. So, übrigens, wo wir gerade dabei sind, ähm, mit funktionaler Programmierung. Es gibt natürlich auch die ForEachN, ja. Das könnte man vielleicht eher kennen unter dem Namen Map. Also, C++ hat jetzt ab sofort eine Map-Funktion implementiert, ja. Und, ähm, wir haben wie gesagt auch Reduce. Reduce ist quasi Fold in, äh, also in Haskell zum Beispiel heißt das Ding Fold L, ja. Das ist auch dabei. Weil wir haben quasi alle funktionalen Elemente jetzt innerhalb der Standard Library. Das heißt, wir können quasi sowas wie funktionales C++ auch machen. Und, äh, ja. Das ist eigentlich schon, äh, ziemlich interessant und ziemlich spaßig eigentlich auch. Äh, deswegen, ich will hier nicht weiter drauf eingehen, weil ich das schon so oft gemacht habe. Schaut euch am besten meine andere Playlist dazu dann an, falls ihr daran Interesse habt. Oder probiert es einfach mal selber aus. So kompliziert ist das tatsächlich gar nicht. Und, ja. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.